Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator 2005 oder Bug Simulator oder BAU Simulator. Es gibt viele Menschen, es gibt viele Namen für dieses Spiel. Lexus stellt gerade seine letzte Palette drauf. Ja. Krass, der LKW ist richtig runtergegangen. Ja, ich weiß. Fasst richtig aus. Komm, wir fahren mal mit dem Exitus mit. Ich bin übrigens auch mit dabei, deswegen hallo. Achso. Habe ich gar nicht erwähnt, okay? Nö. Ich bin es gewohnt. Die Angestellten sind unwichtig, weißt du? Ja. Tut mir leid, oder? Ach, kein Ding, kein Ding. Mit dem Nexus, den Kran fahrrad. Hallihallo. Stablerfahrer, Lexus. Ja, die letzte Folge hat halt zu sehr gezogen, mit diesem Gabelstapler. Die muss ich mir unbedingt reinziehen bei dir. Ja, das sieht so geil aus. Wie der abgeht, ne? Ich habe hier epische Kamerafahrten. Und dann instant, wie ich da hingesprungen bin und dann mich reingeglitscht habe in den Fahrersitz. Hoi. Links sogar? Ah! Hast du geblinkt? Nö, das macht er automatisch, wenn du rechts oder links fährst. Ist ja genauso, wie wenn du Rückwärtsgang machst, dann piept der. Guck mal, das Haus ist noch nicht ganz fertig, ne? Aber die haben schon eine Schaukel da stehen. Ja, das ist doch immer wichtig für die Kinder. Ja. Er schiebt den ganzen LKW wieder weg, ey. Ah, also. Weißt du, und anstatt er jetzt mal die Ladung löst, weißt du, nein, er rennt einfach weg. Alter, heute ist der Chef richtig nicht zu gebrauchen, ne? Ehrlich, ey. Stell seine Mitarbeiter vor. Total Lobob, ey. Löst die Ladung nicht. Haut einfach ab. Echt. Fehlt nur noch, dass er sich jetzt gleich einen Kaffee anzündet und eine Zigarette trinkt. Was ist denn nicht richtig mit dir, ey? Als Zigarette trinkt, stell ich mir schon echt eklig vor, ne? Aber Kaffee anzündet, stell ich mir ja lustig. Ja, stell mal vor deine Kollegen, wie die gucken würden, ey. Hä? Toll. Wie machst du das? Magie. It's magic. Ja, was ist denn das für ein Zaubertrick? Ja, die Magic ist halt eben, da ist Spiritus drin, die Jungs. Die Magic? Ja klar, die Magic, ey. Ja. Die Toosen. Ist ja auch im Bau allseits bekannt. Ey, was hat's das denn für eine Fail-Treppe hier? Warum? Ja, die geht nicht weiter. Wie geht die weiter? Oh. Okay. Alter, ich bin geflogen, hast du das eben gesehen? Nö. So, soll ich... Du musst die Erde da reinkippen. Alter. In Sloth, oder was? Ja. Da musst du ja mehrere Male ansetzen, wahrscheinlich, ne? Fährst du nach vorne, also gerade... Ja, ich hau schon ab nach vorne, ja, ja. Ich fahr die Schaukel um von den Kindern, damit die heulen. Oh. Die Arm-Blagen. Nein, ich versuche natürlich elegant mit einer 180er-Drehung da dran vorbeizukommen. Oh, 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 oh. War knapp, war knapp, aber hat funktioniert. So, okay, rein in den Kappes. Ups, ups, ups. Na, ist daneben gekippt. Ja. War zu erwarten. Nicht an Erz, wir sollen 8 Kubik da rein übeln, weißt du? Wir haben 20 Kubik geladen. Ja, also diese Baustelle wird wahrscheinlich ungefähr 25 Folgen geben. Wir müssen jetzt nicht 6 mal fahren, ey. So, jetzt muss ich wieder zum Baustoffhändler. Das sind 4, 6 Paletten, 10, 11, 12. Yeah. Er hat es noch angenommen. Okay. 12, 13. Boah, da muss ich zweimal für fahren. Was? Ey, sind... Ach nein, da will ich gar nicht hin. Wo ist denn hier Baustoffhändler? Start, da. Ja, ja. Verhinder. So, warte mal. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir das Richtige kaufen. Zwar das und... Ich kann schon wieder nichts mehr kaufen. Überweis mir mal eben kurz 10.000 Euro. Das mache ich glatt. Warte, online. Geld überweisen. Tag. 10.000 betätigen. Äh, bestätigen. Nicht betätigen. So, was müssen wir danach machen? Noch mehr Material. Ziegelsteine und Zement holst du gerade. Ja, wie viel Zement brauchen wir nochmal? Ein oder zwei? Zwei. Zwei? Ja. Was brauchen wir noch? Äh, vier große Ziegelsteine. Und dann ist... Vier mal große Ziegelsteine. Was für welche? Beton? Achso, gibt's ja nur. Ziegelsteine, Beton. Was? Ton. Ton? Ja, die hab ich ja schon. Achso. Ja, dann... Ich meinte bei dem nächsten schon. Das nehm ich ja auch direkt mit. Achso, der nächste Abschnitt ist nochmal viermal große Ziegelsteine, Ton. Äh, einmal Zement und einmal Isolimie. Okay, mehr kann ich nicht kaufen. Regal ist voll, oder was? Ne, ich hab kein Geld mehr. So, jetzt kannst du mir nochmal sagen. Also ich hab jetzt viermal Ziegelsteine noch groß genommen, Ton. Also das ist jetzt achtmal insgesamt? Ja. Dreimal Zement insgesamt? Ja. Einmal Isoliermaterial? Isoliermaterial, einmal, ja. Dreimal Dachpfanne grau? Dreimal Dachpfanne... Kleiner oder großer? Ach doch, große. Große Dachpfanne grau. Dreimal, ne? Ja. Ja. Dann zweimal große Ziegelsteine, Ton. Nochmal. Boah, ey. Ja. So, und der Rest ist im Sägewerk. Okay. Äh, zweimal Fichte und einmal 5 Meter. Und so sieht das aus, wenn Wödern und Nexus einkaufen. Das sieht schon instant heftig aus. Das ganze Regal ist voll. Also ich... ...krieg das Auto mal zum Firmengelände. Soll ich mit dem Kleinen noch dahin kommen, damit wir alles mitkriegen? Ne, ich krieg das hier alles auf den drauf. Sicher? Ja. Ich komm trotzdem. Ja, kannst ja zugucken. Kannst ja noch was lernen. Alter, wieso nimmt mein... ...programm denn nicht auf? Weiß ich nicht. Ist ja super. Wie lange nimmst du schon auf? Ich hab keine Ahnung, kann ich nicht sehen, wie lange läuft das jetzt. Äh, mein Programm hab ich jetzt eben erst gestartet anscheinend. Aber na gut, dann steht die Hälfte von mir. Ja, ist ja auch doof. Ja, hast du keinen Timer gestellt? Dass du das sehen kannst? Das seh ich doch alles im Aufnahmeprogramm. Auf dem rechten Monitor. Ja, okay. Dann hättest du mal darauf achten sollen. Weil ich hab nämlich keinen Timer angemacht. Weil wenn ich nicht dran bin mit Aufnahmeansagen, dann... Manchmal mach ich's, manchmal mach ich nicht mit. Achso. Aber okay, dann haben wir jetzt leider weißen kleine Probleme gehabt. Oder haben. Genau. Wir haben ja die eine Folge Überlänge gemacht. Die Folge 5. Folge 8 hat dann vielleicht... Bisschen weniger. Jetzt. Alter, das war noch nicht... Das war diesmal nicht der Absicht. Er will schlafen. Stopp, stopp, das Video. Warte, ich mach gleich mit mit dem Kram. So, dann seht ihr bei mir wahrscheinlich die Folge aus... Ups, ich fuhr nicht vorne. Aus, äh... Die erste Hälfte aus Nexus Sicht. Die zweite Hälfte aus meiner Sicht. Das schneid ich dann einfach zusammen. Das hat er ja drauf. Oder... Falls ich das nicht hinkrieg, rechtzeitig, dann... Seht ihr bei mir halt nur die halbe Folge. Dann guckt bei Nexus rein. Sag mal, so viel ist jetzt auch nicht passiert, also... Nein, eigentlich... Wir haben nur die alte Baustelle fertig gemacht. Was ist das denn? Wieso? Ich, ich mach nix. Nein, das war jetzt irgendwie der Gabelstapler. Entschuldig. Ich hab keine Ahnung, warum der plötzlich... Backt. Backt, ja. Er backt sich einen Kuchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Aber ich schätze das einfach mal ab. Noch so zehn Minütchen. Ich schätze einfach. Hab ich auch ungefähr gedacht. Äh, bevor du die jetzt da drauf stellst, ne? Äh, mach mal die, die du jetzt gerade am Haken hast. Lieber, ähm... Obwohl, nee, das ist eine Glatterpalette, ne? Ich wollte die jetzt als neuen Platz nehmen. Ja, ja, ist richtig. Ey, schau wieder. Guck dir das mal an. Ja, ich seh das. Die Klappe ist... Geht immer durch, ne? Ja. Ja. Nein. Nexus mag den Stapler, aber der Stapler Nexus nicht. Ne, die Paletten mögen mich nicht. Es ist doch gar nicht so leicht, so viel Zeug auf einen so eine Kerre zu kriegen. Ach, das geht eigentlich. Das ist nicht das Problem. Mist, ich kann die nicht weiter nach vorne, Mann. So, zack. Jetzt hab ich sie wieder drauf, richtig. Boah, wenn man... Weißt ja, was sowas wiegt, ne? Ja. So eine Palette Kiesel... Äh... Kieselsteine. Dachfahnen oder eine Palette. Ja, ja, ja. Ziegelsteine auch. Alter, und... Wie viel wird hier gerade raufballern, ey? Das dürfte kein Polizist sehen. Der würde uns, äh, ne? Auseinandernehmen. Aber das ist nur eine Simulation. Das ist ein Simulator. Genau, Mann. Das ist voll nicht echt. Kann ich das nicht ein bisschen noch da raufschieben? Hör doch rauf. Da packe ich gleich was anderes hin. Ich dachte, ich kann die vielleicht raufschieben. Brauchst du nicht. Hier die Glaswolle, die wich ja nix. Nö, die... Dann sollst du auch mit dem Bollerwagen mitnehmen. Meinst du? Ja. Bär das genau zu machen, ne? Hm? Fast ein bisschen schwer, das genau zu machen. Ja. Hat, äh, einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Nein! Nein! Ich hasse diesen... Ey, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Wieso? Ja, war mit Absicht, hör mal. Ich wollte, dass du da nochmal neu machst. Wieso? Oh, mein Gott. Der Stapler ist echt manchmal ein bisschen bescheiden. Wieso kann ich jetzt nicht hochfahren mit dem... Das liegt nicht an dem Stapler, Alter. Das liegt an dem LKW. Ey, wieso hast du mit meinem LKW? Das ist doch der Gude. Der Weiße. Ja, und? Der andere ist auch weiß. Ja. Wieso kann ich jetzt schon wieder nicht mehr hochfahren? Der Baustoffhändler hier denkt auch... Alter, was sind das denn? Das sind die Joden, ey. Wir haben hier... Spacken, Kinder, ey. Oh, die Mongoose. Der Spedition verkaufen wir nichts mehr. Wieder eine Firma, wo wir nichts mehr kaufen können. So, P. Völdern. Hast du toll gemacht. Du. Wieso ich? Was hab ich damit zu tun? Du wolltest den Nexus-Trek ausmachen. Ja, das hat ja auch eigentlich super funktioniert. Bis jetzt gerade eben. Nexus, Nexus. Das funktioniert immer. Aber manchmal weiß ich nicht, ey. Da sind die wirklich richtig verbuggt, die Kisten hier, ey. Ist ja überhaupt nicht so eigentlich, dass wir das nicht wüssten. Ey, von vorne sah es total gut aus, aber... War wohl doch nicht so. So, besser? Ah, nicht ganz, aber... Ey, muss reichen. Hast du gesehen, wie elegant ich diese Kiste umgesetzt habe? Und wie elegant ich jetzt festhänge? Ich hab nur gesehen, wie du elegant alles runtergeschmissen hast. Ja, das muss man auch erst mal können, ne? Gehst du die eine Kiste da angehoben? Die? Ja, sauber. Ey, die muss drehen. Aber wird nix. Ey, was? Ja, passt doch. Ja. Mit Tücken. Anders geht das bei dem Spiel hier eh nicht. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Sollen wir lieber... ...befestigen oder so? Warum? Weiß ja nicht. Reskieren, Junge, riskieren. Ich muss die aus dem Regal nehmen. Ja, mach das. Oh man, ne ganze Folge nur aufladen? Ja, das ist halt eben, wenn man so viele Sachen da hinladen muss, ne? Oder hinbringen muss auf die Baustelle. Da kommt das schon mal vor, dass wir... Ey, nein, nicht schon wieder, ey, diese... Jetzt hab ich so langsam keine Lust mehr, ey. Sag nicht, du hast es wieder runtergehauen. Ja, klar. Obwohl ich noch nicht mal so weiß, warum. Ist euch zum, ne, übergeben. Na dann... ...müsste ich es vielleicht tatsächlich mit dem Kran aufladen. Ja. So, ein bisschen drehen noch. Noch mehr für Ladefläche. So. Ich hab jetzt fast meine Wand fertig. Jetzt komm ich. Hey, hau auf, ey. Ach, bist du ein Penner. Jetzt schnell was anderes hochheben und dann schnell da hinfahren. Ich hab die Ladung gerettet. Ja, nichtsdestotrotz. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge. Dann darfst du ruhig beenden, wenn du möchtest. Das Desaster. Das Desaster, ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schau dir auch beim nächsten Mal wieder ein. Und zwar schon übermorgen. Ach nee, diese Folge kommt Samstag, ne? Ja. Denn überübermorgen. Nächsten Dienstag sind wir wieder für euch da. Und beladen die Karre weiter. Oder vielleicht beladen wir die auch jetzt gleich noch offscreen. Und ihr seht dann einfach das fertige Resultat. Müsst ihr mal gucken. Lasst gerne mal einen Daumen da oder einen Kommentar. Der Kanal-Link von Nexus steht bei mir unten in der Videobeschreibung. Guckt bei ihm auch gerne mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.